moin moin so heute mal wieder ein neues video seit langer zeit heute mal mit dem enduro wieder unterwegs hier mit dem kapra und marius mit am start mit seinem demo carsten und martin und wir sind heute hier in das ist in der nähe von oerlinghausen und mark siegmann war auch ja hier mal des öfteren am fahren da hat er sich glaube ich mal richtig geil abgeledert mal schauen wie es hier ist erstmal heute erste fahrt schauen wie es wird ich habe heute mal andere reifen drauf meine lg1 reifen sind leider komplett runter gewesen das habe ich hier halt meine geschenkten nobi nick draufgepackt die überall dünn sind 2,25 reifen also das wird super angekommen ein bisschen hier anfänger allein gönnen marius und carsten sind auch da say hallo hallo da schieben gerade welche hoch kommt da noch einer ich merke das dann also ja es so hier mal ein bisschen abseits von den normalen strecken die da hinten sind bisschen kurvig, was chilliges hier, schauen wo es hier her geht holy shit ich finde ein bisschen gadeweiz fahren in der rocke schon okay so Leute das war's von mir für heute ich verabschiede mich hier aus war sehr geil mit den jungs ein bisschen fahren mal wieder seit langer zeit jetzt sind auch die mopeds vorbei und einigermaßen ruhig und jetzt fahre ich hier noch einmal den rechten trail einmal bis nach unten hin und das soll es dann gewesen sein danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal so so Woh!